Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer. Eine weitere Aufnahme, eine heutige Aufnahme-Session ist glaube ich tatsächlich schon die sechste Aufnahme jetzt. Die, ich sag mal, Weihnachtstage vor Produktion ist in vollem Gange, vollem Gange Mais. Deswegen, falls ihr schon mal einen Kommentar hinterlassen habt, was wir in Zukunft machen sollen, keine Sorge, ich werde noch drauf eingehen, aber ich muss euch jetzt mal mit 1, 2, 3 Mais-Folgen vor mir quälen. Nützt ja nichts. So, wendet er jetzt richtig. Jetzt haben wir hier 82, ein bisschen was kriegen wir noch rein. Und dann haben wir hier die dritte Ladung fertig für den Hof, für den Haupthof, wo wir eben nochmal vielleicht wieder Tiere uns anschaffen, wenn ihr denn, wie gesagt, sagt, dass wir gerne mal Tiere machen sollen, sozusagen. So, da war die Musik aus, Musik wieder an. Geht also wieder von vorne los. So, das, 94, 95, schafft man nicht ganz bis zum Ende, aber von diesem Feld aber auch schon mal ganz gut weg. Wir haben auch recht mal so ein kleineres vom Eisfeld. Zum größten Teil selber abgefahren. Ohne Crossplay. Das ist auch schon jetzt die dritte Ladung. Ich meine, gut, wir hatten eine angebrochene vom anderen Feld mitgenommen, ne? Also das ist nicht die vollständige dritte Ladung von diesem Feld. Was ist denn Tee? Ist der doch schon unten? Äh. Ja. Er ist auch hier. Aber müsste sich gleich auf den Rückweg machen, ne? Bringt auch wieder eine Ladung Mais. Läuft ja auch wieder am Schnürchen hier die Mais-Silageproduktion. Ich glaube, wenn wir alle Felder jetzt ernten würden Mais, dann nicht Silageberge ausleeren würden zwischendurch. Gibt es vielleicht sogar irgendwann mal ein Kapazitätsproblem. Könnte jetzt gerade alle so passen, aber man kann es natürlich, wenn man hier noch zwei, drei Maisfelder mehr hätte, die dann sozusagen nur für den Hof hier sind. Das ist ja für die andere Biogasanlage. Und der verdichtet hier noch schön. Da müssen wir aber jetzt erstmal gleich sagen, reicht mit verdichten. Sonst kann man nämlich nicht ordentlich mit dem Schwelter hier hin. Und dann wollen wir den nochmal voll machen und mal gucken, ob wir nicht, ups, davon was für die Mischfutter-Fabrik, Mischfutter-Werk auch brauchen können. Ähm, Abfall entlassen. Ja, mal kurz zur Seite fahren. Ist guten Job gemacht hier. Kannst unter dem Baum stehen bleiben. Ups, wieder falsche Seite eingedreht. Ups, wieder falsche Seite eingedreht. Ups, wieder falsche Seite eingedreht. So, 50% genau gefüllt mit 228.000. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Ladungen wir noch hinbringen. Der nächste Ladung soll aber für uns so Mischfutter-Werke sein. Und Zweifel holen wir uns noch eine Ladung mehr. Gucken wir einfach mal. Wie viel Lust und Laune wir noch haben, aber warte mal. Äh, Mist. Wir haben ihn verpasst. Dann haben wir ihn noch glatt verpasst. Na gut, wir haben ihn noch halbwegs an der richtigen Stelle abfangen können. Denn hier ist natürlich jetzt ganz entspannt gewesen, wieder zur Biogasanlage hier zurückzukommen. 445.000, du machst fleißig dein Dienst. Da sehen wir schon, macht Spaß. Und sobald die da hinten dann fertig sind, irgendwann am nächsten Tag wahrscheinlich, können wir dann eben auch unseren zweiten Radlader hier locker mit in den Dienst aufnehmen. Lassen wir mal einfach reinstellen, wo fährt er jetzt hin? Fährt er nochmal wieder rüber? Ja, aber dann lassen wir ruhig nochmal rüberfahren. Der soll uns nicht weiter stören. Ich bin nämlich den hier einfach mitten auf der Straße stehen lassen. Im Eile. Kommt nix. Das ist freie Fahrt für uns. So, hier wollen wir schon lange nicht mehr. Und hier wartet noch ein bisschen Mais auf uns. Dann müssen wir eben nur darauf achten, dass wenn unten Magnum fertig ist, voll ist, und dass wir den dann wieder selber auslernen. Wir kommen schon, keine Sorge. Vielleicht könnten wir jetzt hier auch einen normalen Helfer einstellen. Jetzt fahren wir bald nur noch irgendwie kleine, komische Kreise. So, machen wir noch die Geschwindigkeitstaste und müssen wir uns ja selber nicht so anstrengen. Das war auch nur ein bisschen leiser, unser Häcksler. Dann sind wir gleich schon wieder am Ende angekommen. Aber hier hätte auch ein Crossplay-Helfer noch nicht genug Platz drüben. Die Bäume kann man natürlich auch fällen und abtransportieren und Stümpfe wegsägen. Dann kann man hier ein Feld draus machen für diejenigen, die weniger Felder, aber noch größere Felder haben wollen. Ein bisschen Modifizierung ist ja auf jeden Fall möglich. Jetzt weiß er doch schon wieder nicht, was er tut. Und bevor du tatsächlich nicht weißt, was du tust, sagen wir dir jetzt, dass du mal den normalen Helfer einschaltest. Der dann zumindest hier auf der langen Strecke immer fährt. Das andere nervt ja sonst, wenn hier echt immer auf so kurze Stücke wieder wenden und wieder wenden und wieder wenden. Dauert uns hier ein bisschen zu lange. Mal weiter raus, dann kommen wir gar nicht mit dem Traktor. Da bleibt dann gar am Häcksler hängen. Ich glaube, jeden Moment müsste er doch eigentlich da unten Magnum im Verkehr verstecken. Er müsste dann sich gleich auf den Rückweg machen wieder. Da muss man sich einmal abfangen und wieder selbst entleeren. Aber wir werden das ausreizen, bis Magnum wirklich am Hof ankommt. Dann werden wir hier versuchen, den Anhänger mal wieder voll zu kriegen. Dann wollen wir was trinken erstmal. Wenn ich erstmal so, ich habe es halt immer so, da hau die Plastikflasche erstmal zurück. Ich habe jetzt gerade mal so überlegt, wie man diese Folge hier rauskommt. Wenn ich nicht richtig rechne, könnte es ja 29 oder so schon sein. Und das Jahr 2015 neigt sich dann auch langsam dem Ende zu. Da kann man natürlich schon mal so ein bisschen Resümee ziehen hier. Also Landwirtschaftssimulator hat mich vor allen Dingen hier im Jahr 2015 auf jeden Fall jetzt das ganze Jahr begleitet. Dieses Let's Play, was ja eigentlich so mein erstes richtiges Let's Play ist. Was wirklich ja schon seit einigen Folgen jetzt eben läuft. Und macht auch Spaß am Anfang, ich sag mal, eine neue Folge, vielleicht ein, zwei Aufrufe gehabt hat. Hat eine neue Folge, wenn ich sie jetzt heute hoch lade, sozusagen ja schon teilweise 20, 30 Aufrufe. Also dafür erstmal natürlich vielen Dank, auch wenn es noch kleine Zahlen sind. Und immerhin 20, 30 Leute sozusagen Bock haben hier mit mir dieses Let's Play zu durchleben. Regelmäßig immer wieder reinschauen, auch ab und an mal einen Kommentar hinterlassen, eine Bewertung, ein Like dalassen. Das macht auf jeden Fall Lust und Laune und wird sich mit Sicherheit im Jahr 2016 auch weiter so fortsetzen. Also wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr dabei bleibt. Aber das ist jetzt erstmal soviel dazu. Wofür gehen wir denn in den Folgen am 31. oder 1., wie auch immer, kann man ja noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Theoretisch müsste man eigentlich auch nochmal so einen kleinen Jahresrückblick machen. Und was haben wir eigentlich im Jahr 2015 alles gemacht, hier im LS? Wo sind wir angefangen sozusagen am 1. Januar 2015? Und wo stehen wir am 31. Dezember 2015? Auf jeden Fall sind wir hier wieder fertig, 100% gefüllt. Ich vermute, der andere ist aber auch voll. Ja. Und ich glaube Magnum haben wir jetzt mit unserer kleinen Träumer reichen über die aktuellen Zuschauerzahlen. Schon wieder von Rückweg geschickt. Und dann machen wir das gleiche, würde ich sagen, wie eben. Und soviel ist von dem Feld jetzt auch nicht mehr über. Also... Heute schaffen wir es nicht mehr. Ups. Aber in der nächsten Folge... Könnte es ja schon fast gewesen sein. So, wie egal. Durchdrehende Reifen hier irgendwie. Aber immerhin werden wir das noch halbwegs rechtzeitig gemerkt. 493.000. Wenn er jetzt gleich abkippt, haben wir 500.000 wieder voll. Hier warten wir eben weiterhin auf die Silageberge. Dann müssen wir hier mal ein bisschen verdichten vielleicht, wenn es ein bisschen gleichmäßiger wird. Eine furchtbare Brückepiste. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt so auf die Zeit gucke, soll es das eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wir lassen sie hier noch ein bisschen weiter arbeiten. Nur kurz, um uns zu verabschieden. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mich natürlich, wie gesagt, über eine Bewertung, einen Kommentar, ein Like. Alles mögliche würde ich mich freuen. Und natürlich auch, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Ich wünsche euch dann nochmals einen schönen Tag und einen sehr schönen Abend. Bis dann. Tschüss.